Ich habe mein Abi gekündigt, als ich langjährig im Norden im Training war. Ich habe etwas Neues gesucht, habe ein Sinserat gesehen und habe gedacht, ich probiere es. Ich fühle mich wohl hier, es sind angenehme Leute, ich fühle mich einfach gut aufgehoben hier. Da sehe ich auch nicht ein, warum man wechseln sollte. Das alles miteinander am gleichen Ort ist. Ich habe das Wasser, ich habe Gruppentraining, ich habe auf Geräte, ich habe die Sauna und ich habe dann auch noch einkaufen. Wir hatten mal ein Damen-Event in der Sauna, das hat mich so herrlich gedauert. Wir waren so viele blute Frauen, hatten es angenehm, am Schluss noch Prosecco auf der Terrasse bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.